Eine kleine Kulturgeschichte des Döners. Der Name Döner Kebab setzt sich aus den türkischen Wörtern Dönmeck, für sich drehen, und Kebab, das Gebratene, zusammen. Die ersten Spuren des Döners finden sich im 18. Jahrhundert. Dort entdeckten Reisende das Hammelfleisch auf drehenden Spießen. Helmut von Moltke war in der Türkei mit dem Aufbau der Armee beschäftigt und lernte dort den Döner kennen. Ein Döner besteht entweder aus Kalbfleisch, Putenfleisch oder Rindfleisch. In Berlin-Kreuzberg bot ein 16-Jähriger das Gericht im Restaurant seines Onkels an. In unserer Hauptstadt gibt es heute sogar mehr Dönerbuden als in Istanbul. Eine Portion mit Fleisch enthält etwa 615 Kilokalorien und rund 35 Gramm Fett.